hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die handticket und heute habe ich das spiel dynastie squads ich werde das spiel mal statt habe es mir schon herunter gesagt ich meine ich kenne das spiel nicht und ich habe es auch noch nicht gespielt deswegen habe ich gerade nachgeschaut wie ich einen account da habe habe ich nur schon einmal angemeldet mit meinem facebook we live in a perilous time the world is a wasteland there are no rules only war only the overpowers survive those who believed in justice stood no chance the moderators did nothing ah man ist geklärt ich spiel mal die frau cool ah ja cool 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 red dog start Bis zum nächsten Mal. Oh, wir kommen erst auf das Siegkant vor. Hmm, okay, okay, okay. Soll ich vielleicht die ganzen Makroknöpfe weg machen? Mal wie sie kleiner machen Das war leicht. Wo ist die Strategie? Es geht eher um ein Team zu gestalten als der Kampf selbst. Willkommen zum Team! Du kennst, du willst das klicken. Jetzt sind wir magisch zurück in die Stadt. Jetzt glücklich? Das ist schön. Ja, doch, das kenn ich. Ah, ich hab davon schon keiner. Ich werde mein eigenes Leben leben. Ich werde mein eigenes Leben leben. Hey, du bist freundlich. Ich glaube, wie ich das gespielt habe, war alles auf Chinesisch. Sollte, niemand will accidentally play... Let's go fight! Take down the Ops one by one! Bullseye! Bullseye! Ich habe ein neues Kombo-atak. Wir haben ein neues Kombo-atak. Unsere Kombo-kost werden... Felix! Hey, kids! Get off my property! You must be the mini-boss. What? I'm the real boss. Okay. Oh, I dare you! Know what this game needs? Tiger Charge! The world shall be mine. A true hero looks at the big picture. Yeah, looks like it's treasure time. Comment, like, subscribe. I like your spirit. You're tired. Okay. Who's ready to rumble? Stay calm. This hero needs help to catch up to our tap the experience points to level up this hero. Let's continue fighting. Story. Story. Don't let any junk rats ruin our vibe, you hear? Here's a tip and a pike shall follow. Half-hearted skewer! Half-hearted skewer! Want to try something cool? I thought you would never ask. Max chillax! Going to do Brian. Step up. Go and hit. Here's a tip and a half. Am I right? Let's try on this new swag. This button looks important. We can put on items one at a time. This gear is like experience points. Upgrade your hero now. Okay, that's better. Let's roll. And Steady wins the race. What to try? Your new power? Fiery coming! Phoenix swings! Nothing penetrates my armor! Half-hearted skewer! Half-hearted skewer! Phoenix! Phoenix strike! Phoenix strike! Ich glaube, wo ich das letzte Mal ausgespielt hatte. Wo es da auf Chinesisch war. äh da hab ich den Kerl genommen und die sind dann immer mit Pferden eingeliebt worden gekommen. Ich glaube auch ich habe über einen asiatischen Server gespielt, deswegen habe ich den jetzt noch nicht gefunden, weil ich jetzt ja auf einen europäischen Server war. Da gab es ja auch nur drei Stücke. Aber so weit fand ich das Spiel eigentlich ganz cool. Ich fand es nur schade, dass alles auf Chinesisch war und ich überhaupt nichts verstanden habe. Aber jetzt... Auf Englisch verstehe ich zwar auch nicht alles, aber mehr wie auf Chinesisch. Chinesisch. Oh, da gab es keinen Käseweifern. Facebook Lockman Facebook Spielen Deutsch University You Ok Combo T Train Train Upgrade Um, so we can do everything that men can do Hmm, that's my love, huh? boom Gut, dann gehen wir wieder in eine Story rein. Ich hoffe morgen kommt das Spiel auch. Lobo von Dynastioria. Ok. Das ist jetzt nur noch der Zuschauer. Welche zwei machen, das sind mal die hier und die oder die? Oh ja, das war jetzt kranky. Oh ja. Oh ja. Red Dog plus eins. Phoenix! Burn! Phoenix Strikes! We're through with for-profit prisons. You're cancelled! My heritage! Free treasure? Yes please! Your team keeps growing! Yippie! Ich bin schon über 8. Halt. Oh ja. We're through the first step here. We're through the first one! We're through the first step. Ich werde mein Bestes machen. 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 Das ist das, was wir 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 machen. Okay. Okay. Also ich muss die Story weiter spielen. Okay. 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 Es gibt nur die Charakter, außer wenn man Maincharakter dazugehört, dann habe ich Angst. Da komme ich den nächsten und hier brauche ich nur stärker werden. Wenn notwendig, werde ich mein eigenes Leben für mein Herr. Wenn notwendig, werde ich mein eigenes Leben für mein Herr. Beide wie ein Böse! Ah, schon wieder nur. Wenn notwendig, werde ich mein eigenes Leben für mein Herr. Schon wieder. Aber jetzt bin ich Level 12. Wenn ich mal Maincharakter habe. Aufleveln. Und zwei, dann bekomme ich den nächsten. Und zwei, dann bekomme ich den nächsten Mal. Ich werde mein eigenes Leben für mein Herr. Ich werde meine eigene Leben für mich sein. Du hast mich nicht für uns. Ich werde mir nicht mehr helfen. Ich werde nie mehrlehre sein, mir mein Herr. Ich werde mir nicht mehr helfen, meine Frau. Das war eine Kistoffen, oh. Haben wir noch einen? Okay. Jo, dieser Akt Nummer 4 macht keine Probleme. Hm, schon wieder. Das ist ein bisschen komisch, weil zum Daumen kann trotzdem nur noch die Kombo machen von denen. Hm. Nein, nichts penetre meine Armour! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann meine Leute noch mal aufleveln Erstmal meine Waffe λ . 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 bin . 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 jetzt nächstes Level habe ich meinen nächsten Charakter nein kann ich den nächsten Charakter ich muss dann nur noch einen finden und das letzte mal die Tür öffnen gleich bin ich 14 guan schu äh ko schu nicht guan guan schun 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 da 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 ich probiere Discapability noch fertig zu spielen und ich würde sagen das reicht dann auch auch 3 Sterne die 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 Ja, ich kann ihn nicht mehr. Ja boi, ich darf nicht vergessen. Du kriegst jetzt den X zu machen, aber er ist noch hier, er ist nicht so spielend. Den Pinselinner. Okay, cool ist tot. Super. Burn! Right here, right now! Stab me! Burn! Burn! Phoenix Strike! Arrow Jordan! Get ready! Hallo! Einmal hier. Oh, den kenn ich auch. Von Dynastivor. Lu Bu hat für ihn gekämpft. Oder nee. Der mit Dibai gekämpft war ich mal was. Der mit Dibai. Der mit Dibai. Was ist das? Der mit Dibai. Der mit Dibai. Ich bin da unten. Ich muss die Treppen hoch. Der mit Dibai. Nicht leicht als das. Glaube ich. Dibai. Neu. 10. 1. 3. 4. 5. 5. 5. 5. Das dauert vielleicht ein bisschen länger. Das dauert. Max, relax! Ich schütze die Einmalen, Max, relax! Die Creep! Max, relax! Das ist sie, relax! Ja, warte. Oh. Oh, das ist es, doch. Das ist das, denke ich. gut ross immer die Gäuble in der Mitte ich könnte 14.000 ich könnte bis dahin kommen ah nee warte mal bis sind wir bei 1000 hier 3000, 4000 ein bisschen könnte ich kämpfen ich muss 18 kämpfen machen heuerst ok ok wer habe ich denn davon ok oh sieht sich jetzt auch gelassen ok Die Frauen können alles machen, was die Männer können. Und die nächste kriegt keine Waffe. Die suchen mir auch ein bisschen gefährlich. Lieber keine Waffe geben. Ok. Jetzt brauche ich noch einen Charakter. Buff. Story geschafft. Galerie. Events, was gibt es hier? Sieben Tage Event. Ok. Schauen wir hier nochmal nach. Gut, dann... Hier ist meine Treppe. Ich gehe die nächste Stufe hoch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Ich komme doch noch schnell vorwärts hier. Ich bin 6000 stark. Ich bin 16.000 stark. Kleiner Unterschied. Aber die werden schwerer. Das wäre 8.000. Ich habe meinen Charakter. Aber nur ein Puzzleteil. Das wäre 5000 stark. Gold. Noch 11 Runden. Jetzt auch wieder 5000. Oh, das ist 14.000. Die kommen jetzt in meinen Schwierigkeitsgrad rein. Ja. Das ist nur 1000. Das ist nur ein Charakter oder wie? Also ich habe das 1.050. Ich möchte das Geschichtsrat hoch machen. JetztRETCHT SHIFTs weit hoch. Noch 8 Tämpfe muss ich machen. 7.000. 5000 5000 Entschuldigung 1.000 Noch 5 Kämpfe. 2000 3000 3000 2 Ok. Das war ja noch ein einzigen Kampf. Ich werde mal nach oben laufen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. jetzt mache ich einen ganz großen sprung wenn ich gewinnen sollte ich bin ich da ok das war der letzte kampf ich möchte mal durch die Tür gehen gut dann gehen wir hier raus die Truhe abholen muss ich denn hier eine Truhe abholen ich soll hier eine Truhe abholen das hier bestimmt ich kauf mal die zwei Sachen hier Ranking hm was war noch keine Truhe so ich denke das war das ja das war das Mission da komme ich noch nicht hin ok immer noch Story da ist noch eine Truhe 30 braucht für den ach muss noch vier Sterne Entschuldigung das muss ich noch machen vier Sterne sind nur zwei Kämpfe hier aber den hier besiegen und den danach den danach reicht sogar noch mit einstellen okay okay ich bin schon ein bisschen aber und gleich haben wir Die restlichen 20 Buße Teil von den Kämpfer ab. Okay. This is as far as you go. Okay. Who's ready to rumble? Formation. Death does not scare me. Death does not scare me. Teamwork makes the dream work. Da 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 da. I have two more. Women can do anything men can do. Women can do anything men can do. Women can do anything men can do. Okay. Okay. Is somebody here? Okay. I'm afraid of my wife. It's true. This is as far as you go. And then I am. That does not scare me. Fertig. Super. There's a little bit of trap. I'm not sure. That's not true. I'm afraid of my wife. I'm afraid of my wife. I'm afraid of my wife. You can't learn the truth. I'm afraid of my wife. Ja, gut, passt so, habe ich da jetzt nicht noch einen neuen Combo, muss erst noch freischalten, kein Problem, gut, das war es dann für heute, hat doch lange genug gedauert eigentlich, dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao, ciao.